ein wunderschönen guten abend liebe freunde der großen kleinen bahn und willkommen im lockt schuppen der kohlebahn meuselwitz wo eine modellbahnausstellung stattfand an der ich teil genommen habe und an der ich wieder meine begrasungskünste gezeigt habe ja das sehen wir dann am ende zuerst machen wir aber mal einen kleinen rundgang durch die ausstellung ja ich habe hier versucht mal die gesamte ausstellung in einer sequenz zu zeigen und wir betreten jetzt hier den kulturbahnhof meuselwitz so steht es über dem lock schuppen gehen hier an der kasse vorbei steht großen preis da aber trotzdem guckt man erst mal auf diese dame hier schauen uns hier an was es da zu sehen gibt als erstes hier eine historische modellbahn man möge mir verzeihen wenn man jetzt hier das video guckt ich habe mir nicht aufgeschrieben wer hier was darstellt und wer hier was nachbaut das sind auf jeden fall sehr wunderschöne papiermodelle der kollege hat im vorigen jahr neben mir gestanden weil er hat seine nachbar stand hier eine kleine kofferanlage und dann haben wir hier ebenfalls papiermodelle auch eine kleine anlage in kreisform und jemand der zumindest den facebook modellbahnern ein bisschen bekannt sein sollte hier gibt es ein buntes geflimmer das ist ein bisschen schade dass ich das hier so im sonnenschein aufgenommen habe das wirkte natürlich das stand in der ziemlich dunklen ecke und wirkte natürlich da viel besser da mit den ganzen lichtern entgegen der laufrichtung so was die anlage habe ich schon mehrfach gezeigt die begegnet mir immer mal auf ausstellung das ist also eine sehr sehr schöne kleinstanlage wo also wirklich auf kleinsten raum der modellbahn betrieben werden kann ja die kollegen haben immer mal auch ein bisschen was mitgebracht was sie da loswerden wollen hier haben wir wunderschönen dioramen auch teilweise mit funktionen eingebaut hier hat es ein typ sein stand er nennt sich poissentalbahn Wer auch immer das sein mag. Hier haben wir noch eine TT-Anlage. Die haben im vergangenen Jahr schon diese TT-Anlage gezeigt. Und haben sie in diesem Jahr durch ein paar Module erweitert. Ich bin hier allerdings leider abgebogen, weshalb wir die jetzt nicht sehen. Dafür haben wir hier echt Dampf. Immer diese Paparazzis. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich weiß nicht genau, ob es LGB-Gleise waren, aber es war auf jeden Fall die gleiche Spur. Hier haben wir noch eine LGB-Anlage. Hier noch eine weitere TT-Anlage. Die hier in sehr lang gestreckter Form kann ich mich erinnern. Das waren die Kollegen aus Taucher. Die hier mit einem sehr langen Kalkzug auf ihrer Anlage gefahren sind. Hier noch eine weitere TT-Anlage. Ja, dann haben wir hier die Spur 1. Ich bewundere dann immer bei den Spur 1 Leuten das Verhältnis zwischen den Gleisprofilen und den Schwellen. Das ist ja in den kleineren Spuren immer so ein bisschen, naja, ein bisschen zu ungunstender Profile. Die sind dann meistens zu hoch. Und wobei jetzt hier im Video sehen sie eigentlich auch noch relativ massiv es. Aber das ist dann... Ich hab's nicht nachgemessen. Hier noch eine kleinere Mini-Anlage. Soll niemand sagen, hat es also keinen Platz für eine Modellbahnanlage. Das ist immer noch eine Frage der richtigen Spuren. Hier ein Diorama BW. Ja, hier eine weitere TT-Anlage, wo irgendwie so das Motiv der Anlage mit den Fahnen hier irgendwie nicht so richtig übereingestimmt hat. Also ich hätte ja eher so ein US-Motiv vermutet. Aber, ja, mein Gott, persönlicher Geschmack. Tja, ich hätte da wahrscheinlich eher ein neutrales Tuch hingehangen. Ja. Oder eine DDR-Fahne. Das hätte sich ja ein bisschen besser gepasst. Na gut, ist egal. Ähm. Ja, hier haben wir dann noch so eine kleine Schauanlage, die hier so ein bisschen das ganze Händlermaterial hier so ein bisschen ergänzt. Ja, hier haben wir wieder unseren Kollegen, den wir schon zweimal im Meuselwitz-Video hatten. Im ersten Video hatte ich mich ja so ein bisschen über seine Wiese markiert. Ähm. Naja, er hat mich dann so beim letzten Mal so richtig schön maßgenommen. Habe ich dann ihm einen bisschen längeren Beitrag gewidmet. Ja, heute ist er nun einer von vielen. Und weil ich hier relativ schnell wieder vorbeigegangen bin. Also es ist der Kollege mit den britischen Fahrzeugen immer was Besonderes. Hätte ich eigentlich die Kamera ein bisschen länger drauf halten sollen. Aber das hätte dann hier so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ja, stattdessen haben wir hier eine weitere TT-Anlage. Es wurde sehr viel gebrauchtes Material angeboten. Fast ausschließlich aus DDR-Zeiten. Also älteres Material. Und hier haben wir dann nochmal die Gartenbahn. Ja, kommen wir zu meiner eigenen Rolle auf solchen Ausstellungen. Ich hab, äh, ja mal wieder die Begraserei gezeigt. Ne, hab hier also meine Module mitgenommen. Und hab dann, naja, das Begrasen vorgeführt. Und hab dadurch natürlich sehr viele interessante Gespräche gehabt. So wirklich so ganz produktiv ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, wir haben eigentlich mehr erzählt, dass das was tut. Ja, ich hatte das ja schon mal, ähm, in einem eigenen Video gezeigt. Ja, also nochmal die Kurzform, ne. Also, jedes Grasbüschel hier ist einzeln gesetzt. Das ist also jeweils ein Leimtropfen. Und, ja, und da kommt dann halt mit dem Begraser die Grasfasern drauf. Das, äh, man macht dann immer so ein kleines Stück. Ich hab also hier einen Leimtropfen, der relativ schnell abbindet. Ähm, das ist also Absicht, dass da ich, sagen wir mal, relativ schnell weiter begrasen kann. Und da nicht so lange warten muss, bis er trocknet. Also, wenn's dann, sagen wir mal, wenn's doch nicht so will, dann wechsel ich das Modul. Und begrase inzwischen auf ein anderes Modul weiter. So hab ich also immer zwei Module in Arbeit. Und dass ich da also nicht sofort auf die noch feuchte Stelle dann weiter begrase. Also, Probleme, dass ich da irgendwas verdünnen muss oder so. Und dass es sich da irgendeine Haut bildet oder was, die dann die Faser nicht annimmt. Die hab ich nicht. Ja, dann gibt's hier den RTS Greenkeeper, den ich gekauft hab. Das ist also hier kein Werbevideo. Dieses Gerät, es gibt bessere Geräte als den Greenkeeper, muss ich mal dabei sagen. Die kosten dann aber auch deutlich mehr. Ja, und mit dem kleinen Blick über die Module. Die Wagen hier wollte ich übrigens verkaufen. Ja, da ist nicht so ganz was geworden. Also, die Module, die eigentlich aus diversen anderen Videos bekannt sein dürften. Möchte ich mich hier von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, es hat euch hier, der kleine Ausstellungsrundgang hat euch gefallen. Ja, und wenn der eine oder andere gerne möchte, ich freue mich über ein Abo oder über einen Daumen nach oben. Ich wünsche mich jetzt. Das ist nicht so ganz. Ich wünsche mir, der kleine Ausstellungsrunde die Sprecher zu finden. Ich wünsche mir die Ausstellungsrunde, die neue思ledung, die neue Ausstellungsrunde. Ich wünsche mir, dass ich mir hier von den Eindruck verabschieden. Vielen Dank.